Gut, dann gehen wir halt hier lang. Oh. Oh, ist das nicht das Labyrinth, was du gesagt hast, das willst du gerade nicht machen? Nein, das... Dort oben ist etwas aufgenommen. Nein, das ist aber nicht das. Das ist nochmal etwas anderes. Scheiss. Au, 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 au! Da ist eine Kiste. Da ist nichts drin. Au. Da ist ein Zombie drin. Was macht denn der Zombie in der Kiste? Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben hier ein Zombie in der Kiste. Wenn man die Kiste öffnet, kommt es irgendwie da. Na toll, was hat denn dieser Raum für einen Sinn? Man hätte die Kiste auch von hier öffnen. Hat dieser Raum auch keinen Sinn oder wie? Nein. Ich glaube man muss dort den Ärzten durch. Den was? Ja, komm mal hier. Wo bist du? Das ist der einzige Raum, wo man nicht wohin kann. Hier. Das ist der einzige Raum. Irgendetwas muss man doch mit Dingen machen. Hm. Was muss man denn hier machen? Warte. Warte. Kohle. Kohle. Teleport. Deactivate. Jetzt haben wir den Kohle. Deactiviert. Wir gewinnen eins. Jetzt habe ich den Gold. Aktiviert. Kohle. Kohle. Aktiviert. Irgendwie. Keine Ahnung. Lapis. Aktiviert. Ise. Deactiviert. Aktiviert. Aktiviert. Jetzt haben wir alle aktiviert. Jetzt ist noch nicht der Diamant. Was bringt das? Ich weiss auch nicht. Ähm. Was wenn wir alle deaktivieren? Dann passiert gar nichts. Komisch. Und auch der Diamant der tut. Wow. Hä? 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 Wieso bin ich jetzt da runtergefahren? Was hast du jetzt gemacht? Ich bin runtergefahren. Geh mal drauf. Warte mal, warte mal. Ah, das habe ich gemacht. Trampolin. Oh. Muss man da irgendetwas machen? Nee, ich denke das ist, weil wir zu zweit sind. Da ist sie verpackt. Wahrscheinlich können wir zu zweit auf Platten stehen. Aber hier waren wir schon mal. Nein, hier. Hier ist da. Wo wir, ähm, von oben kommen. Von dem da. Aha. Was ist hier? Oh, hier waren wir noch. Stimmt. Sieht nach Creeper aus. Nach Creeper. 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 Anschluss. Das ist wieder ein Raum der keinen Sinn macht. Das kann es nicht sein. Was heißt, was heißt trust? Siehst du? Was? Hier rein. Huh! Was sind wir jetzt? Sind wir hier? Nicht immer. Einfach den Aufklick. Who must apply the titans? Ah, das ist einfach. Ah, der Titel anderer. Ja, warte. Mal kurz. Jetzt hab ich zwei Papiere. You don't understand the code, do you? Keine Ahnung. Der hat doch keine Ahnung von Englisch. So, ich dachte man muss Escape machen. Weil das ist der Name. You don't understand the code, do you? Keine Ahnung. So, hier muss man irgendeinen Code eingeben. Was ist da? Oh, jetzt ist alles weg. Komm. Ja, man kommt da immer wieder rein. Das ist der fünfte Stock. Jetzt sind wir irgendwie nach oben geschossen. Nach oben? Ja, vorhin waren wir im zweiten Stock. Wieso kann ich nicht schreiben? Ah, ich muss das Buch reinlegen, so. Ich kann nicht glauben, dass wir gar keine Erfahrungspunkte haben. Doch, ich hatte. Von wo? Ich hatte irgendwie 120 oder so. Ja, aber jetzt habe ich keine mehr. Doch, jetzt habe ich wieder 100. Aha, wenn man auf den Klopf drückt. Aha. Nein, du musst irgendwie auf den Ambusten oder so. Du musst Appli Detail... Was heißt denn Appli? Detail... Ähm... Ähm... Ich habe ein 5P-Buch und ein 1E-Buch. Was hast du noch? Ich weiß, was das heißt. Ich glaube ich. Ich habe 4A und 3C. Ah. 5P. Ich dachte, das ist Escape. Ich habe 1E. Aha, E ist 1. Du hast es 2. Ja, das wird Escape heißen. Ja, und was müssen wir jetzt beschreiben mit Escape? Papier? Ja. Warte, ich mache mal... Ja toll, jetzt haben wir Papier, was Escape heißt. Jetzt legst du das da rein. Siehst du? Ah. Da hatte ich es vorhin falsch geschrieben. Oh, was? Was? To whoever stole my dead son's toy, you have no soul. Also... Wer auch immer... Ähm... Meinen... Einem toten Sohn das Spielzeug geklaut hat... Keine Seelen. Hat keine Seelen. Und was steht da? Snow Girls Allowed. Keine... Keine Mädchen erlaubt. Was sind wir schon fertig? Jaaaa! Was hast du noch die Wolle? Super. Das ging aber ziemlich schnell. Ja, jetzt auf einmal, ne? Und somit haben wir Escape geschafft! Juhu! Oh je. Ähm... Ja... Jetzt haben wir noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Missionen. Und die heissen wie folgt. Ähm... Puzzle ist gebombt. Dropper ist gemacht. Escape haben wir jetzt auch geschafft. Als nächstes kommt noch Trivia. Adventure. Ähm... Jetzt mach ich schnell hier hinten. Arena. Arena. Und Parkour. Parkour. Und Labyrinth. Labyrinth. Und... Boss Battle. Und... Boss Battle. ist vielleicht schon am Schluss. Ja, das schon. Eben müssen wir dann... bis... äh... das Orangschirm machen. Dann von Gelb bis Schwarz. So, wieder von unten anfangen. Bis ganz nach oben. Trivia heißt Nichtigkeit. Hä? Was heißt Nichtigkeit? Ich mach mit Trivia. Ja, ich werd schon sagen, oder? Was machst du? Es ist nichts passiert. So. Hat niemand gesehen. Nein! Nein! Machst du! Jetzt weit nach hinten. Aha! Ah! Das ist im Spiel drin. Ja. Bist du auch hier? Ja. Wo bist du? Hier. Warte. Es ist ein wenig. Oh. Jetzt sind wir hier. Ja, ist auch egal. So. Ich denke, das werden wir in der nächsten Folge machen, oder? Ja. Ist zwar jetzt eine ziemlich kurze Folge. Tut mir leid. Aber... muss schon ein Cut kommen, nämlich da zur nächsten Aufgabe schreiten. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch auch Spass gemacht. Und es hat Spass gemacht. Plötzlich waren wir durch. Keine Ahnung, was wir da plötzlich so toll gemacht haben. Wir haben da ein bisschen Räume angeschaut, die wir wahrscheinlich gar nicht anschauen mussten. Aber ja. Wir haben Escape geschafft. Sind geflüchtet. Und flüchten in der nächsten Folge in Trivia. Die nächste Aufgabe. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Diversity Minecraft Adventure Map mit dem Studi. Wir sind das letzte Mal hier. Hallo. Ja, hallo. Wir sind das letzte Mal geflüchtet. Und flüchten jetzt in die nächste Aufgabe. Trivia. Ja. Ja. Was? Kill me now. Kill me now. Bring mich jetzt um. Yes, no. Let's get it. Hm. Ja, ja. Oh. Hahaha. Das war ja logisch. Haha. Haha. StarCraft. Okay, let's start with an easy one. What game are you playing? Hm. Minecraft. Hm. Hm. Ist das nicht wahr? Ah ne, es ist das Raftcraft. Hm. Hm. Ähm. Aber das sieht noch cool aus. Pretty easy. Ja. Wo ich brauche. Okay, now let's get serious. What year was Minecraft in its... Ja, aber klar. Ähm. Ich dachte, das war 2000. Ähm. Nein, Release. Nein, 9. Release. Release ist doch dann, wann 1.0 rauskommen. Ich glaube, 2009. Das ist ja ziemlich alt. Aber Release. Bist du sicher? Release heisst... Okay. Who created Minecraft? Hm. Ja, Mann. Das war Dokter. Das war Dokter. Peter Mojang. Ja. Markus Persson. Gut. Ähm. 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 The name of the accent block in this room is Ed Stone. What view Mr. Natura? Die End. Wo findet man ihn? Ja. Die End. Ist ja klar. Enderland. Woah. What? What? Ha? Oh, scheisse. Ah, jetzt versucht er. Was haben wir hier genau? Yes, dann. Ähm. Minecraft. Jupp. Ähm. Ähm. Marcus Persson. Und die End. Nein! Eben nicht die End. Enderland. Nein. Oh! Oh! Herr Kachtus. Wir wurden wieder mal nichts geschlossen. Ah, was war es denn? Hä? Was ist denn genau die Frage? Woher der Stein kommt, oder? Ja, woher der Endstone kommt. Also, von welchem Biom. Ah, welches Biom. Ja, aber keins. Ist doch die Inde. Black. Da war der... The name of the... The block in this room is Endstone. What Biom is it's naturally found in... Oh! Endstone... Endstone ist doch... Äh... Ist das nicht? Der... Ah nein, das ist der Grundstein. Ja. Und zwar die End? Endstone. Nein, Grundstein ist ähm... Ist in der normalen Welt ganz zunters. Ah, da ist Sky. Ja, logisch. Oh, die Frage. Ich dachte immer, ähm, Endstone, der gelbe ist... Was ist der Name dieses Blockes? Ja, ähm, wie sagt man das? The block in this room. Oh, ich weiss auch nicht mehr, wie der heisst. Äh... Das ist der... Das ist der neue, den man nicht kraften kann. Wie heisst er? Das ist der neue, den man kraften kann. Ja, den kann man nicht kraften, oder? Den... Block, der da hier überall im Raum ist. Doch, das... Ist das nach Quarz? Nein, nein, nein. Er... Es meint bestimmt diese... Ähm... Der Stein, der hier das Kreuz macht. Den kann man kraften. Schon. Circle, Stone, Brick vielleicht. Das ist ähm... Ähm... Chrysled... Aha. Ah, man ja, schon gehört. Gehört. Ähm... Ähm... Was am meisten oder am wenigsten? Ich weiss jetzt nicht die Frage. Also, Trap Door ist ja die... Bodenplatte, oder? Nein, Trap Door ist die, die man zu auf und zu klappen kann. Ah, ja. Das ist die Leiter. Das ist... Slabs, logisch. Und... Und äh... Dingens. Was am meisten braucht ist... Trap Door. Aber ich weiss jetzt noch... At least Amount. Aber ist das... Woaaah... Aber hier nicht. Wir wurden wieder niedergestufen. Ah, ja... Ich weiss jetzt. Vorne. Are you ready to... Mindshot? Ja. 2009? 2009? Ah, hier kann man einfach grade aus. Nach rechts. Äh... Sky? Hä... Ähm... Crystal? Nein, nicht Stone Bricks. Ops. Tschuldigung. das immer einander den Tod ja das sagt es aber auch ganz geil gemacht um 10 dazu das ein der Szen S3 da hat er Christophs jetzt mit zu da hier ich weiss nicht was die frage davon ist also ich schaff die seite es heißt vielleicht welches war das letzte was man sich mit holz welches was ist das neueste was man sich mit holz kraften kann ich würde sagen das gibt es alles schon ziemlich lange es ist das lebt sein weil okay das ist ja noch stehen am wenigsten ja genau gut das standard game of what can you not do in the nether er was so grow a tree kann man wasser platzieren im meter seit wann das muss ja ganz neue ganz neue ding sein konnte das auch die ja ich auch nicht man hat den wasser mitgenommen und ausgeleert aber es passierte nichts ist das dahin dann also nochmals lief schlafen kann man hundertprozentig oder es ist sicher ja nein dass kein eine nacht hat hat okay im sponge no longer has much use but it does share the place sound effect so wie es vor wie es vorhin wie es vorher oder es wenn man das abhaut wie gras oder wie bolle so sind ja nur weil es okay this room is built mostly with full blocks and what us slaps half blocks das ist also slaps dupel half slaps dupel half slaps das sind ja nur ganze blöcke hier also könnte es keine alten blöcke sein ja okay der full block hat auch einen namen aber auch den kann man nicht kraften man kann ihn zwar wenn man den code hat kann man ihn äh äh cheaten ja eben die doppelten jaja kraft man kann sie nicht kraften man kann sie nur herbei cheaten aber wie sie wie sie heissen weiss ich jetzt gerade auch nicht schlafen das war das gras nein also ich würde sagen sind halblogs ist rum ist hausblocks haben wir nicht genossen und spot als und slaps auf slaps auf blocks okay kannst auch eine halbe blöcke ich wollte sehen wie man jetzt dieses mal steht zu werden sky 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 öltete der echte der tete der 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 lebt die rs auch haben jetzt noch nicht beim bauhoffs lab HALF SLAPS haben wir noch nicht Wo war ich vorhin? HALF BLOCKS? Du warst vorhin HALF BLOCKS War ich bei HALF BLOCKS? Ok, dann ist der Raum aus SLAPS gebaut Ganz einfach Wahnsinn wird er auf HALF SLAPS bin ich jetzt schon drin Ja, aber nur SLAPS Ohne HALF oder irgendwas Einfach nur SLAP Kann man ja auch machen HALF BLOCKS Was hast du schon drin? Nein Crystal stone brick Hier, oder? Ja SLAP GRASS Ja, GRASS In SLAPS waren wir noch nicht HALF SLAPS Wir sind so doof 4 oder 9 4 4 9 Nicht 9 4 Ja, man muss doch eine ganze Dingens füllen Nein, man muss Wie viele... Wie viele Dingens braucht man um einen... Ah, ein SLAP Briggs Ja, 3 Und ein 3 Ah nein, dann Ein Brick Slap? Ist doch 3 Hm Ich glaube schon Ja Nächste Frage Was heisst denn das genau? Ah resistent! Das heisst doch dass man es nicht Es ist resistent gegen Nö Was heisst denn Anvil? Obsidian is now for having High Blast Ich glaube Ich glaube das hier Anvil Was ist denn Anvil? Amboss Amboss Ich verstehe die Frage einfach nicht ganz Ich auch Okay das war's nicht mehr Nein Gut Gott sei dank 3 3 3 Wo lächst du hin? Snow Emerald and Hm Ist einfach irgendwo rein Which of these methods What would generate cobblestone Placing water above Lowing Hm Was ist die Frage? Placing lava above Ah wie man Wie man cobblestone generiert Wasser in lava Platzieren? Placing lava above Ja es können auch Placing water above Lowing lava Das heisst lava Das heisst lava Das heisst lava Das muss es sein Okay I'll buy himself an ID number Used for things like Superflatbirds What is the biome number for desert? Ach da muss ich raten Das hab ich noch nie Das hab ich noch nie Das brauchte ich noch nie Und das Pfff 2 2 Ich würd sagen 6 Nee Warte mal Also ganz logisch Es gibt ja noch viele biome Nee Und die Wüste war eine der ersten Ich würd sagen Ich würd sagen Pfff Ah gut was hast du wo warst jetzt? 2 3 17 17 17 18 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 21 22 24 25 25 24 25 25 25 River ist Fluss, da kannst du ein normaler Baum haben. Taiga ist die Steppe, da hat es diese speziellen Bäume, diese, diese, wie heissen sie, keine Ahnung, und Wald hat die meisten Bäume, ja. Okay, Frage. Um, Solzad is used to grow netherwards, which of these potions does not require netherwards, it's invisibility, braucht man das, harming, I don't know what's harming, weakness, slowness, wenn man sagen slowness. Man braucht's ja fast für alles. Man braucht's wirklich fast für alles. Oh, scheisse. Ähm, gut, für das braucht man's. Ähm, drei. Neun, äh, was, ja, drei. Was war's da? Äh. Du hast gesagt, du bist dann auf die Ego reingegangen? Äh, da, Endpartumblock. Gut. Ähm. Placing water above Lava Source. Oh, war ja nicht. Hä? Äh, wir müssen nicht wieder Schluss machen, sonst gibt's wieder eine riesenlange Folge, ähm, aber wir sind ja schon ziemlich weit, ich denke, in der nächsten Folge sehen wir da durch. Vielen Dank fürs Zusehen und, äh, jo, bis zur nächsten Folge. Wenn's euch gefallen hat, Daumen hoch, hab ich glaub ich noch nie gesagt, heute. Jo, nächste Folge wieder mit dem Studi, wir werden das hier noch beenden. Jo. Yeah. Tschüss. Ciao. coy. Au. Au.